Endlich die Traumata lösen, die dich die ganze Zeit schon blockieren oder deinen Alltag auch einschränken. Vielleicht auch einfach nur ein Trauma lösen, damit du den Fortschritt bei dir selbst siehst. Wenn du das erreichen möchtest, dann bleib dran, nach dem kurzen Intro geht's schon direkt los. Ich grüße dich. Mein Name ist Timo Posewert. Ich bin spiritueller Coach und Coach für Persönlichkeitsentfaltung und Entwicklung, gerade was inneres Kind und auch Selbstliebe betrifft. Und immer wieder bekomme ich auch die Rückfragen, Timo, ich bin noch nicht bei dir, mich interessiert das schon, aber sag mal, wie kann man denn Traumata lösen? Erstmal vorab gesagt, es gibt kein Patentrezept dafür. Ja, also jedes Trauma hat auch seinen eigenen Prozess und somit auch seine eigene Struktur. Das heißt, man müsste alles individuell angehen, aber natürlich gibt es so ein Gerüst von A bis Z. Aber es gibt keinen Weg, der auf alles passt. Das ist schon mal ganz wichtig zu verstehen. Deswegen soll das Video dir einfach mal helfen und du kannst mal ausprobieren, ob es bei dir denn so passt oder eben auch nicht. Wichtig für mich ist, wenn du merkst, dass dir deine Traumata wirklich schon sehr psychische Probleme, Depressionen, Isolationen oder irgendwas in dir auslösen, dann ist es am allerbesten, du suchst dir professionelle Hilfe bei einem Psychiater oder auch bei einem Therapeuten. Auf jeden Fall mal mit dem Hausarzt darüber sprechen. Das wird ganz oft nicht gesagt, weil jeder im Internet das große Geld verdienen möchte. Dabei finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man sowas enorm ernst nimmt, weil mit der Psyche von Menschen und mit Menschen allein spielt man nicht. Ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Wie ich dir jetzt helfen kann, ich möchte es dir aufzeigen. Dabei müssen wir erstmal verstehen, wie funktioniert denn so ein Trauma? Ein Trauma hat sehr viele Facetten. Ja, wir können uns merken, dass ein Trauma durch ein Geräusch ausgelöst werden kann, durch ein Geruch ausgelöst werden kann oder eben auch durch etwas Erlebtes, was traumatisch in unserem Gehirn festhängt. Und diese Dauerschleife hängt auch fest. Nehmen wir an, du bist Zeuge von einem Verkehrsunfall geworden und hörst immer wieder dieses Quietschen der Reifen vor dem Aufprall. Angenommen. Dann wirst du jedes Mal, wenn du ein Reifenquietschen hörst, wirst du in einen Zustand zurückversetzt, den du damals erlebt hast. Nämlich einen Zustand vor einem Schock. Das heißt, du hörst es, erinnerst dich zurück durch dein Gehirn, was ein Alarmsignal auslöst und du merkst, jetzt blockiert mein gesamtes System. Meine Atmung verändert sich, meine Aufmerksamkeit verändert sich und auch alles um mich herum, meine ganzen Sinne, arbeiten jetzt verstärkt. Aber nur so, wie sie es damals gelernt haben. Das heißt, ich kann das nicht mehr kontrollieren, was ich kontrollieren möchte. Das ungefähr ist ein Trauma. Das kann auch durch einen Geruch, wie vorhin schon gesagt, ausgelöst werden oder eben auch einem Geräusch und etwas Erlebten. Wie kannst du jetzt verstehen, ob das Trauma, was du in dir trägst, für dich auch lösbar ist? In erster Linie musst du ehrlich zu dir sein. Wie stark hast du dich unter Kontrolle, wenn etwas geschieht, was für dich traumatisch war? Kannst du die Situation, die eben hier und jetzt dann geschieht, kontrollieren? Wie lange bist du in so einer Schockstarre? Wie lange bist du nicht mehr Herr oder Frau deiner Sinne? Das alles sind Indikatoren, die sehr wichtig sind für dich. Natürlich auch zu verstehen, wie und warum werde ich mein Trauma auflösen können? Ich gebe dir einen kleinen Hinweis, wie du jetzt für dich ein Trauma lösen kannst. Nehmen wir an, es ist ein Geruch. Sagen wir, du hast damals Spaghetti Bolognese geliebt und hattest irgendwas, war an dem Tag falsch, vielleicht auch eine Magenverstimmung, aber du musstest erbrechen davon und seitdem kannst du Spaghetti nicht mehr riechen. Dein Gehirn signalisiert dir sofort, nee, das hat dir damals nicht bekommen, du hast gebrochen, deswegen isst du das auch nicht mehr. Du hast also einen Ekel empfunden für etwas, was du eigentlich liebst, durch ein traumatisches Erlebnis. Erbrechen ist ja nichts Schönes. Jetzt kannst du überlegen, was ist an diesem Tag passiert? Schreib das mal auf für dich, wenn du dich noch daran erinnern kannst und geh in diese Situation nochmal hinein. Geh in diese Situation hinein und überlege, was war denn vor dem Ereignis, das dir schlecht geworden ist. Du kannst dir somit mal alles Positive wieder raussuchen. Du kannst dir auch, auch wenn es vielleicht am Anfang nochmal den Magen ein bisschen umdrehen wird, dir sagen, wie lecker das alles doch war. Bei Geräuschen auch, dass du doch damals nicht zusammengeschreckt bist. Und dann segmentierst du genau die Bausteine in deinem Leben, die du so lange nicht mehr betrachtet hast, nämlich die positiven. Dass ein Autoreifenquietschen dir nicht immer Angst gemacht hat, sondern du vielleicht mal hingeguckt hast, wer da so am Rasen ist. Neugier ausgelöst hat. Dass du alle Gefühle, Gedanken mal wieder probierst, umzuprogrammieren. Das kannst du natürlich schriftlich machen oder eben auch, indem du es dir einfach mal vorsprichst. Auch gerne im Spiegel vorsprichst und dir somit auch selbst sagst, dass du es lösen kannst. Wenn du der Meinung bist, du kannst es nicht alleine lösen, hast aber auch keine Lust zum Arzt zu gehen, weil du denkst, so tief ist es nicht, aber ich möchte endlich mein System wieder in Wallung bringen und somit endlich sorgenfrei leben können, dann kann ich dir sagen, du kannst gerne zu mir ins Innere Kind Coaching oder Selbstliebe Coaching kommen, denn bis zum Valentinstag gibt es noch 25%. Auf das Innere Kind Coaching und 20% auf das Selbstliebe Coaching. Die Kurs Ausbildung zum Persönlichkeits Coach oder Coach für Persönlichkeitsentwicklung, die beginnt im Mai und auf die gibt es 50% bis zum Valentinstag. Weil ich möchte nicht, dass man Rosen verschenkt, man soll sich selbst was Gutes tun. Das ist immer das Allerbeste. Also, wenn du möchtest, schau in die Infobox, melde dich bei mir und schon gehen wir im 1 zu 1 mit dir deiner Lösung entgegen. Wichtig jetzt hierbei ist noch, bei den Traumata, dass du jedes Trauma ernst nimmst. Dass du jedem Trauma auch seinen Platz gibst und es einfach mal da sein lässt. Dass du dich erkundest darin, wie verändert sich was in meinem System. Denn das System kann nur umprogrammiert werden, wenn du das System davor verstanden hast. Das heißt, du brauchst ein Spiegelbild von damals zu heute. Und das kannst du nur, indem du tief in dich gehst und dich so reflektierst, wie du es vielleicht schon lange nicht mehr gemacht hast. Aber es ist für dein Wohlbefinden und ich glaube, das ist es allemal wert. Lass auf jeden Fall gerne dein Abo da, dein Like da und deinen Kommentar, wenn du möchtest. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.